Hallihallo und herzlich Willkommen meine lieben Menschen. Ich sehe gerade auf meinem Display, ich habe 666 Bilder Speicherkapazität auf meiner Kamera. Also es ist eine lustige Zahl in dem Kontext, dass ich heute über den Pater Gabriel Amort sprechen möchte bzw. was sagt Pater Gabriel Amort über Horoskope und über Medjugorje. Und zwar sagt dieser liebe Pater Folgendes. Die Frage in diesem Buch von demjenigen, der dieses Interview geführt hat, heißt Marco Tossatti und er hat Pater Amort Folgendes gefragt. Warnt nach ihrer Meinung die Kirche die Gläubigen genügend vor den Gefahren, die mit der Scharlatanerie, der Magie und der Wahrsagerei verbunden sind. Pater Amort sagt Folgendes. Leider nicht. Man sagt, dass die meist gelesene Seite der Zeitungen die des Horoskops sei. Das eigentliche Problem liegt im Schoß eines Teils der Kirche. Viele Priester glauben nicht an diese Dinge und außerdem werden in den Priesterseminaren drei fundamentale Traktate nicht mehr gelehrt. Der erste Traktat, der Deo Creante, behandelt die Schöpfung, die Erschaffung der Engel, die Sünde der Engel, die Trennung zwischen Engel und Dämonen und all das wird nicht mehr gelehrt. Der zweite Traktat bringt das Thema der Moral zur Sprache. Er untersagt dem Besuch bei Magiern und Wahrsagern und bezieht sich auf die Bibel. Du lässt den nicht leben, der Magie betreibt, so schreibt es die Heilige Schrift. Damals steinigte man die Magier. Jesus wurde beschuldigt, ein Magier zu sein. Du handelst im Namen Belzebubs, hat man Jesus vorgeworfen. Jesus antwortete, Wenn aber auch Satan mit sich entzweit ist, wie soll dann sein Reich Bestand haben? Wenn aber ich im Namen Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Der Traktat macht auf all diese abergläubischen Praktiken, wie das Konsultieren von Magiern und Wahrsagern usw. aufmerksam und verurteilt sie. Heute schlägt man diesen Traktat kaum mehr auf. Der dritte Traktat betrifft die Spiritualität. Der Text spricht vom geistigen Leben, aber auch von den Angriffen des Teufels. Es ist darin auch die Rede von den Exorzismen. Diese Materie wurde ausdrücklich gelehrt. Es gibt diese drei Traktate, von denen man aber kaum mehr spricht, nicht einmal an den päpstlichen Universitäten. Man beendet das theologische Studium im Priesterseminar und wird zum Priester geweiht, ohne jemals etwas über den Teufel oder über den Exorzismus, geschweige denn über die Gefahren, die von der Magie und den anderen okkulten Wissenschaften ausgehen, gehört zu haben. Oder über teuflische Besessenheit. Somit glaubt man auch nicht an diese Dinge. Man predigt nie darüber und sehr oft sind Priester zu mir gekommen, um bei meinen Exorzismen dabei zu sein. Sie haben mir hernach gesagt, sehen Sie, Pater am Ort, vorher glaubte ich nicht daran, jetzt aber glaube ich daran. Jesus exorzierte unterwegs, öffentlich, jetzt muss man es heimlich tun. So sagt es Pater am Ort. Nun, sehr, sehr interessant. Dort sieht man auch scheinbar dann den Grund, warum so viele Priester, die frisch ausgebildet sind, überhaupt keine Ahnung davon haben, dass es den Teufel gibt, dass es Besessenheit geben kann, Umsessenheit geben kann und welchen Einfluss und welche Folgen die Sünde hat. Das heißt, wie diese ganze spirituelle Welt miteinander verbunden ist. Das heißt, das Gute, das Irdische, das Böse und so weiter. Und wenn wir sündigen, was das für Folgen für uns hat und welche Folgen es für uns hat, wenn wir eben nicht sündigen, wenn wir mit Gott gehen. Und ich kann nur empfehlen, ihr Lieben, wenn euer Fahrer so einer von der liberalen Seite ist, der da jetzt nicht ganz so auf der Welle ist, der tatsächlichen, echten, wahren katholischen Lehre, sondern eher ein bisschen auf der modernistischen Seite mitschwimmt, auf dem Bötchen, was gerade so mit Vollgas gegen eine Wand gefahren wird. Also weit ist die Mauer nicht mehr entfernt von diesem Bötchen oder weit ist der Berg nicht mehr entfernt, bis diese Titanic dort einschlägt, die Titanic des Synodalen Weges. Ich freue mich auf den Krach, wenn es endlich, wenn dieser Einschlag gegen diesen Berg endlich stattfinden wird, dann ist dieser ganze Spuk nämlich endlich vorbei mit diesem ganzen Schwachsinn, der dort läuft. Aber wie gesagt, es hat ja auch einen Ursprung, warum bestimmte Priester so drauf sind, dass sie es eben nicht besser wissen, weil man sie es eben nicht besser gelehrt hat. Und ich kann da wirklich nur dazu ermutigen, betet für eure Priester, verurteilt sie nicht und kauft ihnen vielleicht dieses Büchlein. Ich verlinke das in der Videobeschreibung, kostet wahrscheinlich 5, 6, 7 Euro und mit Sicherheit wird es den einen oder anderen ein bisschen wachrütteln. Nun, Thema Nummer 2. Ihr Lieben, Medjugorje und Erneuerung im Geiste. Gerade in der traditionellen Bewegung, ich bin auch einer von den mittlerweile Traditionalisten, ich gehe sehr, sehr gerne in die alte Messe. Ich gehe auch in die neue Messe und ich sage nicht, dass die neue Messe ungültig ist und dass nur die alte Messe gut ist. Man kann die neue Messe ebenso würdig feiern, aber ich finde, man gibt in der alten Form allein durch die äußere Form Gott eine mehr Ehre, mehr Achtung und es ist auf jeden Fall ehrfürchtiger Gott gegenüber. Und das ist das, was wir haben müssen. Ehrfurcht vor Gott ist diese Form mir gefälliger und ich denke auch gottgefälliger. Und ich denke auch, das ist mein persönlicher Gedanke, ich denke in Zukunft, in Zukunft, wenn die Kirche dann erneuert wird, wenn ein neuer Frühling quasi in der Kirche sein wird, so werden wir die alte Messe wieder feiern, die Messe aller Zeiten. Wie auch immer, vielleicht täusche ich mich und wie gesagt, ich möchte niemanden verurteilen, der den Neue geht. Ich tue es nämlich auch. So, Medjugorje und Erneuerung im Geiste. Genau, warum ich das gesagt habe, weil es gerade aus der traditionellen Ecke kommt, ja, Medjugorje ist falsch, Medjugorje ist vom Teufel, da dürft ihr nicht hingehen, ja, da gibt es so viele Widersprüche. Ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn Leute das gesagt haben, habe ich ihnen immer eine Frage gestellt und die Frage war, warst du schon mal dort? Und die Leute sagten, nö. Warum urteilst du dann? Erstens dürfen wir nicht urteilen aus dem Grunde, weil die Kirche sich dazu nicht geäußert hat, außer dass die Kirche gesagt hat, es ist ein Ort des Gebetes. So, die Kirche hat nicht geurteilt und die Kirche hat Urteilskraft und die einzige Autorität, sich über Erscheinungsorte, Marienerscheinungen ein Urteil zu bilden, beziehungsweise zu urteilen und uns Gläubigen zu sagen, ja, das ist echt oder das ist eben unecht, das ist von Gott oder das ist vom Teufel. Und was Medjugorje angeht, so hat die Kirche kein endgültiges Urteil gefällt, weil diese Erscheinungen in Medjugorje immer noch andauern. Man muss wissen, sowohl Lourdes als auch Fatima und alle anderen anerkannten Marienerscheinungen wurden zu Beginn angezweifelt. Man hat gesagt, na, das ist vielleicht nicht echt und so weiter und das ist auch gut, die Kirche muss das alles prüfen, muss skeptisch sein, aber bis jetzt hat sich die Kirche zu Medjugorje nicht geäußert, außer dass sie gesagt hat, das ist ein Ort des Gebetes. Deswegen kann ich auch nur davor warnen, dass wir als Laien uns das nicht herausnehmen und sagen, das ist vom Teufel. Die Kirche hat dazu nichts gesagt und die Kirche hat die einzige Autorität dazu, sich dazu zu äußern und wir als Laien nehmen uns das heraus und urteilen über die Menschen, die nach Medjugorje fahren. Nur so als kleine Information für diejenigen, die immer noch sagen, Medjugorje ist blöd, aber Pater Dominik Melewski finde ich gut oder Pater Glas. Beide diese Priester haben dort ihre Bekehrung gehabt. Pater Glas war schon Priester, als er dort war und sich dann quasi dort wieder bekehrte. Also ein bekehrter Priester ist Pater Glas, der Exorzist, der auf dem Kanal hält, wo es halt so viele schöne Vorträge von ihm gibt. Und Pater Dominik Melewski hat dort seine priesterliche Berufung erfahren. Der jetzt eine Gruppe von Zehntausenden von Männern anleitet, die Krieger Mariens. Also wenn das alles vom Teufel ist, dann weiß ich auch nicht, wenn es der Beichtstuhl dieser Welt ist. Also in unseren Beichtstühlen in Deutschland werden Besen und Waschmob und Wischmob und Wascheimer abgestellt und quasi zugemacht, weil es die Beichte einfach nicht mehr gibt und Medjugorje soll vom Teufel sein. Also da passt irgendetwas nicht zusammen. Nun, aber meine Meinung ist nicht so wichtig. Wir gucken mal, was der Hauptoberexorzist des Vatikans, der ist schon leider tot oder gestorben und ist unter den Heiligen hoffentlich schon nicht mehr im Fegefeuer oder gar nicht im Fegefeuer. Ich hoffe, dass er von oben aus ganz, ganz viel für uns tut. Was sagt Gabriel Amort über Medjugorje? Medjugorje und Erneuerung im Geiste. Zu Beginn unseres Gesprächs haben sie mit mir über die Erneuerung im Geiste und die mit Medjugorje verbundenen Gebetsgruppen gesprochen. Warum interessieren sie sich für diese Gruppen und widmen sie ihnen ihre Zeit? Das hat man Pater Gabriel Amort gefragt. Mich interessieren die Gruppen der Erneuerung sehr, weil diese sich das Verdienst anrechnen können, die Lektüre der Bibel und die Andacht zum Heiligen Geist sowie auch die Gebete der Heilung und der Befreiung wieder eingeführt zu haben. Deshalb verweise ich Personen, die mir aus dem Ausland schreiben und von mir exorziert werden möchten, an diese Gruppen. Um ein Beispiel zu nennen, da gibt es einen gewissen Herrn in Australien, der mich von dort aus mit Anfragen bestürmte. Manche nämlich stellen sich fälschlicherweise vor, man könne einfach in Rom landen, einen Exorzismus empfangen und geheilt wieder in die Heimat zurückkehren, wo er es doch Jahre braucht. Wie ich schon sagte, ich bin zufrieden, wenn ein Patient nach vier oder fünf Jahren ganz befreit ist. Bei gewissen Menschen sind acht oder neun Jahre dauernde Anstrengungen erforderlich. Das sind die Erfahrungen von Pater Amort, was Exorzismus angeht. Pater Glas hatte andere Erfahrungen gemacht. Er sprach davon, dass manche Leute nach zwei, drei, vier Tagen, manche nur nach zwei, drei Stunden Gebet völlig geheilt gewesen sind, völlig befreit von Dämonen waren. Bei gewissen Menschen sind acht oder neun Jahre dauernde Anstrengungen erforderlich. Das sind gewiss seltene Fälle. Im Durchschnitt braucht es vier oder fünf Jahre, ohne von jenen zahlreichen Fällen zu sprechen, wo es nie zu einer vollständigen Befreiung von dämonischen Einwirkungen kommt. Ich bin diesen Gruppen der geistigen Erneuerung sehr verbunden, dass sie Gebete der Heilung und Befreiung sprechen, ohne dass sie selbst Exorzisten ja nicht einmal Priester sind. Sie beten immer gemeinsam. Auch hier in Rom gibt es viele solche Gruppen. Man muss wissen, dass wir Laien auch beten dürfen um Befreiung. Das heißt aber nicht, dass du einen Exorzismus beten darfst als Laie. Das dürfen nur Priester, die vom Bischof dazu bevollmächtigt sind, beauftragt worden sind. Und sowohl die Laien als auch die Priester haben bestimmte, also es gibt bestimmte Gebete, die nur von Laien gebetet werden dürfen, gesprochen werden dürfen, gebetet werden dürfen. Und weil sie eben die Autorität nicht haben. Und bestimmte Gebete darf halt eben nur ein Priester beten. In San Angelo in Pesqueria zum Beispiel lebt ein Pater Hermete, der kein Exorzist ist, aber der aber Segen von großer Wirkungskraft erteilt. Er tut dies am Mittwoch und am Samstag. Die Gruppen beginnen um 6 Uhr abends ihre Gebete, doch der Pater ist schon um 4 Uhr in der Kirche, um zu segnen und die Beichte zu hören. Er wohnt in Montessacro, wo sich die Kirche der Schutzengel befindet. Dort spendet er am Morgen den Segen und hört Beichte. Am Mittwoch und Samstag finden die Gebetsstunden für Heilung und Befreiung statt. Und sie sind erfolgreich. Besser gesagt, diese Gebete sind wirksam. Mit Medjugorje fühle ich mich schon deshalb verbunden, weil ich früher Schriftleiter der marianischen Zeitschrift Madre Didio des Verlages San Paolo war. Als im Jahr 1981 die Erscheinung begannen, habe ich mich sofort damit beschäftigt. Meinen ersten Artikel über Medjugorje schrieb ich im Oktober 1981. In der Folge verfasste ich über Medjugorje Bücher und viele Artikel. Auch begab ich mich oft an Ort und Stelle. Ich wollte mich selbst von der Echtheit der Erscheinungen überzeugen. Glauben Sie, dass Sie echt sind? Fragt der Mann, der Pater am Ort interviewt hat. Pater am Ort sagt folgendes. Und wie? Im Verlauf der Zeit entwickelte sich eine freundschaftliche Verbundenheit mit den fünf jungen Sehern, die die Jungfrau Maria gesehen haben. Auch hörte ich den Leuten um mich herum aufmerksam zu. Es ist der Ort in der Welt, wo am meisten gebeichtet wird und wo die meisten Bekehrungen geschehen. Das muss man sich mal vorstellen. Mehr als in Lourdes, mehr als in Fatima. Es ist der absolute Rekord. Sichtbar und zählbar. Was den Kampf gegen den Teufel betrifft, viele Leute sprechen Gebete oft zusammen mit einem Priester. In Medjugorje schließen sie sich zu Gebetsgruppen zusammen. Im Jahre 1984 habe ich selber hier in Rom eine Medjugorje-Gruppe gegründet. Jeden letzten Samstag des Monats beten wir zusammen drei Stunden lang, wie es in Medjugorje geschieht. Die Gruppe besteht aus Personen, die nach Medjugorje reisten, zu denen auch ich gehörte. Erwähnen Sie bei Ihren Exorzismen auch die Madonna von Medjugorje, wurde Pater Gabriele gefragt. Nein, ich erwähne sie nicht. Gewöhnlich rufe ich die unbefleckte Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, an. Auch bin ich ein großer Verehrer der Madonna von Guadalupe, die Lateinamerika bekehrt hat, dass ohne sie heidnisch geblieben wäre. Vorher versuchten es die Franziskaner aber ohne Erfolg. Dann ist sie erschienen in der Gestalt eines aztekischen Mädchens. Vergessen wir nicht, dass die Unsrigen sich dort sehr schlecht benommen haben, als Diebe und Mörder. Ich meine jene, die von hier aus nach Amerika gegangen sind, als die Jungfrau erschien, haben die Einheimischen sie als eine der ihrigen wahrgenommen und nicht als eine von jenseits des Ozeans importierte Gestalt. Durch die Madonna sind sie zu Gott gekommen und haben sich bekehrt. Ich habe die Jungfrau von Guadalupe auch wegen der Bedeutung des Wortes Guadalupe lieb gewonnen. In der alten Indianersprache bedeutet es jene, die den Kopf der Schlange zertritt. Das scheint mir besonders dafür zu sprechen, dass sie Beschützerin auch all jener ist, die das gleiche Amt ausüben wie ich. Das heißt, ihr lieben Priester, sie liebe Priester, beten sie zum Muttergottes von Guadalupe. Ansonsten macht eine Pilgerreise nach Medjugorje. Ich war selbst schon ein paar Mal dort, habe dort ein paar Leute kennengelernt und ich kann nur sagen, es ist wirklich ein wunderbarer Ort, ein Ort des Friedens, ein Ort der Stille, ein Ort aber auch der Freude, wo ganz viel Lobpreis gemacht wird. Ich war auf diesem Jugendfestival im Ladifest. Das war ganz, ganz toll. Und wie gesagt, prüft, 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 prüft. So heißt es doch geschrieben, prüft und das Gute behaltet. Und an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So steht es doch auch. Und wenn es einen Ort auf dieser Welt gibt, wo die meisten Beichten gehört werden und wo es die meisten Bekehrungen gibt. Also was für Früchte erwartet man denn dann noch? Oder welche Früchte sind besser, als dass sich die Menschen bekehren, zur Beichte gehen, Rosenkranz beten, fasten, eine Bibel lesen, in die Heilige Messe gehen regelmäßig. Also wie gesagt, das ist meine Meinung. Das ist auch Tatsache, scheinbar auch statistisch bewiesen. Und Pater Gabriel Amort hat das Gleiche gesagt, was Medjugorje angeht. Und ich kann euch nur empfehlen, lasst die Finger von Horoskopen, Wassagerei und diesem ganzen Zeug. Solltet ihr das mal gemacht haben, das heißt Horoskope regelmäßig lesen, überhaupt gelesen zu haben, Wassagerei, Magie und so weiter, beichtet das unbedingt. Unbedingt in die Beichte bringen. Und ja, wenn ihr eine Reise plant für nächstes Jahr irgendwie, fahrt nach Medjugorje, wunderschön dort. Es gibt dort auch schöne Plätze, um an Wasserfälle zu gehen, um sich ein bisschen abzukühlen. Das Meer, Kroatien ist nicht weit entfernt, ich glaube 100, 120 Kilometer entfernt. Ja, also ein All-Inclusive-Paket für Körper, Geist und Seele. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich für euch diese Sendung machen durfte. Gelobt Jesus Christus an all diejenigen, die diesen Kanal unterstützen. Wir haben, wie bereits erwähnt, Menschenfischen e.V. gegründet. Das heißt, wir haben jetzt einen Verein. Die Kontonummer hat sich geändert. Ihr könnt uns unterstützen. Das werde ich gleich einblenden, wie ihr das machen könnt. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ja, wir hören voneinander und bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020